So. Nächster weg. Nächster weg. Ist sonst irgendwo jemand? Ähm. Ich sehe da jetzt von der Ferne her keinen mehr. Nicht Arme. Zoom. Wir sind schon beim Zoom. Okay. Wir sind jetzt dann wo die hinschießen. Aber egal. So. Befriedungseinheit. Ist unterwegs. Hm. Oh. Okay, gut. Die habe ich jetzt übersehen. So. Da sind welche. Und da ist eine Granate. Die meine Deckung zu nicht gemacht hat. Nein. Falsch. 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 Meine Deckung. Meine Deckung. Meine Deckung. Meine Deckung. Meine Deckung. Äh. Falsch. So. So. Ach Gott. Das geht so nicht. Wieso. Man. Die meine ganze Deckung im Eck. Hat so einen guten Plan. Wow. Wenn die anderen die übernehmen würden. Dann habe ich hier meine Ruh. So. Nächster Typ. Das Präzisionsgewehr. Das macht mir Spaß. Einmal drüberschauen. Kurz wo welche sind. So. So. Nächster Weg. Granate. Da komme ich jetzt zu keinen. hin. Der ist. Da hinten. Jo. Danksam jetzt. Gut. Dann. Gibt es jetzt P90. So. Yep. Hat mir jetzt auch gefallen. Noch einer. Wo ist der Last jetzt? So. Jo. Kommt. Befrieden. Befrieden. Aua. Huch. Nichts fehlen vom Reiten. Schatten. Schrocken. So. Aha. Eindeutig. So. Ja. Jetzt. Leg dich schlafen. Das andere. Da ist er. So. Erwischen. Schlafen. 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 So. Schlafen. Schlafen. Einer weg. Zwei weg. Man muss schon sagen, auch wenn das Spiel mittlerweile doch etwas älter Schub ist, macht es doch immer noch immens viel Spaß. Es sieht mega aus noch. So. Jeder Schuss, ein Treffer. Jupp. So. Und auf mit der P90 rein. Es sieht... Also, wenn man es so sagt. Man schaut, geht es um hier rein. Es sieht ja hier schon mal mega aus. Und jetzt dreht man sich und sieht das hier. Wie geil ist das bitte. Mega. Oh, ich muss hier mit den ganzen Pflanzen rauswachsen und sie bewegen. Oh, sorry. Ich wollte jetzt eigentlich nicht dazu platschen. Das ist der beste Weg nach oben? Das ist der schnellste. Keine Zeit für Erkundungstouren. Warte, bis du die Aussicht gesehen hast. Jetzt will ich aber auch was sehen. Klappe zu, Augen auf. Na gut. Und nach oben. Jumpstone Action. Das Radar leuchtet auf. Ihr bekommt Besuch. Oh, scheiße. Halt mal. Mutter. Scheiße. Ja. Einfach nur laufen. Einfach laufen. Ich versuche immer in 10. so leicht wie nur möglich zu sein. Jetzt los! Tag jetzt hoch. Und trinke ich dich jetzt worlds. falsch gelaufen du weißt du willkommen 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 ja das ich auch ja wir sind schon mal starr nicht gut ja weg 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 lecker klar oh ja sie wollen im rau Nicht so gut. Überhaupt nicht gut. Kumpel, nein. Okay. Geht's dir gut, Mann? Pack, was ist mit Hawkins und dem Rest der Crew? Das hat keiner überlebt. Hol dann von dem Wrack weg. Geht nicht. Er steckt fest. Versuch's. Ich hol so lange Wrack heraus. Mein Bein. Oh Mann. Oh Mann. Du scheißt, wir sind kein öffentlicher Platz der Wurst. Was willst du wieder dann? Du schaffst das, Mann. Wir holen dich hier raus. Pack, der treibt's noch. Ja, ich weiß nicht, ich weiß. Anhalten. Äh, ja. Mit. Mit einem Fäuschen. Nein, nein, nein. Nein, sie müssen hier verschwinden. Es ist gefährlich. Wrecker, dein Messer. Wofür fährst du? Du musst das Bein abschneiden. Wer muss was? Wrecker, komm her. Geh schon, Wrecker. Ich bleib hier. Geh. Wrecker, ich brauch deine Hilfe. Was soll mir helfen? Feuer, komm. Ja, ihr helfen. Und Muschken. Oh, das muss auch. Wir müssen los. Ist der Tod? Einmal nur ohnmächtig. Ich verstehe. Nein. Gerade du bist, was das noch ist. Das war nur ein 3 Stunden Kurs. Oh. Klar, der E-Singer. Wenn der kommt. Wurter, Wurter. Los, hör und wir ab'n. Der Heli kommt noch mal zurück. Weg hier. Ladies, da sind wir bei John, das sind okay, oder? Los, rein. Das wünsche mir wieder, Dank. Alles wird wieder gut. Wir holen dich hier raus. Du schaffst das. Er wird doch wieder, oder? Okay, war mal auf diesen Befehl, hab ich gewartet. An mit der ganz Kiste und los geht's. Wow. Wow, jetzt sehen wir's. Verstanden, Fortress, sind unterwegs. Du brauchst der Heli. Ich sehe ihn nicht. Scheiße. Mein Bein. Meine Frau bringt mich um. Dann. Atme langsam. Du schaffst das. Wir bringen dich nach Hause. Du packst das. Wenn unsere Infel über Admiral Cheng und die Russen geweigt ist, keiner von uns nach Hause. Hört hier noch jemand die ersten Töne der Hymne? Halt durch. Mach schneller, Rick. Dann mach's nicht mehr lange. Pack, was ist los? Wer zu kriegen? Da ist er! Rick, können wir ihn abschütteln? Ziemlich unwahrscheinlich. Ich mach's nicht wahr. Einfach mal in die Wand reinpacken und fertig. Ich versuch eigentlich immer, wenn die da was sagen, äh, nice zu sein. Und. Wo ist der verdammt? Wo ist der hin? Siehst du ihn? Ich hab keine Ahnung. Ich sag, fällt mal nach oben schon. Oh. Oh. Das war's knapp. Äh, 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 äh. Äh, hier könntest du irgendwie kaputt reich werden. Ja. Ja. Scheiße, nein. Oh. Lass die Schweine brennen. Yeah. Yeah. Badabadu. Nein. Ich hab nicht die Schweine brennen lassen. Äh, äh. Äh, 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 bitte nochmal der Spruch. Der ist so genial. Hey, wir sind zum ersten Mal heute gestorben. Ja. Übrig macht der Meister. Gut, beim letzten Mal hab ich den, äh, den, hier liegt gleich erwischt. Aber dafür bin ich heute davor schon fünfmal gestorben. Und, wenn ich so jetzt nach links schaue, zu meinem Hauptzettel noch framkommt, es hängt wirklich. Ich weiß nicht warum, aber es hängt.